So, ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich so freundlich begrüßt werde. Normalerweise trete ich vor weniger auf, also meistens so 20 bis 30. Kinder und Jugendliche, die sind dann meistens nicht freiwillig da. Ja, es ist wirklich nicht so einfach. Und wenn ich dann auch mit Gruppenarbeit komme, dann kommt meistens nicht so viel Jubel entgegen. Das ist dann meistens eher so in etwa. Aber, also das ist jetzt mehr so, das ist mehr die so gefühlte Wahrheit. Und dann dachte ich, kann doch nicht sein. Bin ich hier in Köln in die Schule gegangen, habe zehn KlässlerInnen befragt. Was denkt ihr über Gruppenarbeit? Da kam sowas bei raus. Das ist jetzt etwas unübersichtlich für euch, deswegen habe ich das etwas übersichtlicher gemacht. Also, als erstes, Gruppenarbeit ist schlecht fürs Wohlbefinden und für die Konzentration. Als zweites, dann, Gruppenarbeit endet oft im Chaos. Und als drittes, Gruppenarbeit kann aber doch auch in Ausnahmefällen wohl mal zu Erleuchtungen führen. Das alles ist Gruppenarbeit. Und dann war ich jetzt letztens unterwegs und habe irgendwie gemerkt, das trifft auch auf andere Situationen zu im Leben. Also, das ist irgendwie auch so beim Glühweinabend so. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum Gruppenarbeit? Und hatte wirklich sehr großes Glück, dass ich zwei KommilitonInnen gefunden habe, die sich die gleiche Frage gestellt haben. Dann sind wir zu unserem Professor gegangen, haben gesagt, warum Gruppenarbeit? Dann meinte er, super Frage, müsst ihr ganz leicht umformulieren. Und dann haben wir gefragt, wie wirken sich Kommunikation und Interaktion auf soziale Lernprozesse aus? Mit dieser Forschungsfrage sind wir dann an ein Münsteraner Gymnasium gegangen, haben eine Gruppenarbeit geplant in Rallye und haben uns mit der Botschaft Jesu da befasst und haben diese Gruppenarbeit auch aufgenommen. Wir haben im Fokus vier Schülerinnen und im Anschluss haben wir noch zwei von denen interviewt. Gruppenarbeit ist immer sehr spannend. Wie geht das los? Und da, es war total toll. Es ging nämlich wirklich genauso los, wie wir uns das wünschen. Im Religionsunterricht erstmal wird ein Stoßgebet zum Himmel geschickt. Gott, jetzt sollen wir eine Mindmap machen oder einen Steckbrief oder eine Tabelle. Alle drei Sachen finde ich doof. Ja, schade. Trotzdem hat dann Hannah die unfassbar tolle Idee, dass sie sagt, ich bin für eine Mindmap, ist am wenigsten Arbeit. So einfach ist das. Fragen wir direkt nochmal nach im Interview. Wie geht das denn am Anfang von der Gruppenarbeit? Teresa sagt, passiert eigentlich ja immer von selber. Irgendjemand fängt an und dann sind wir alle auf Mindmap gekommen. Ja, haben wir gesehen, dass ihr da alle drauf gekommen seid. Also erstmal, als erstes super wichtig, es gibt eine gemeinsame Grundlage. Also das ist total wichtig am Anfang des Arbeitsprozesses, dass eine Verständigung darüber stattfindet. Was haben wir für ein Ziel? Wo wollen wir hin? Und worum geht es hier eigentlich? Und für die weitere Gruppenarbeit haben wir uns dann verschiedene Kategorien erarbeitet, woraus es bei Gruppenarbeit ankommt. Und da haben wir als erstes, Gruppenarbeit erfordert eine sinnvolle und konsequente Arbeitsteilung. Also sowas hier ist jetzt weder konsequent noch sinnvoll. Wie machen die es? Julia, ganz pragmatisch. Hannah, du schlägst ein Mindmap vor, dann mach die doch einfach. Ja, super Idee. Alle lächeln, freuen sich, klopfen sich auf die Schulter. Ah, es ist so toll, diese Harmonie. Okay, mega. So, war die Gruppen, war das alles gleichmäßig aufgeteilt? Ja, doch. Natürlich haben hauptsächlich Theresa und Greta geredet. Moment, das können wir ja auch erforschen. Die Anzahl der Wortbeiträge, ja, da kann man sagen, ist schon relativ klar verteilt gewesen. Woran liegt das? Hannah, wenn ich was zu sagen habe, sage ich was. Wenn nicht, halt nicht. Ja, ich schreibe das dann auf und wenn ich das aufschreibe, zeige ich damit, dass ich das gut finde. Finde ich, ist erstmal ein ganz cleverer Ansatz. Wenn wir dann wieder darauf zurückschauen und dann überlegen wir konsequente und sinnvolle Arbeitsteilung. Okay, es ist sinnvoll, aber es ist irgendwie nicht so ganz konsequent. Also, wenn Hannah schreibt, kann sie ja nicht reden, okay, aber was ist, also dann müssten ja zumindest Theresa, Greta und Julia ungefähr auf einem Level sein. Also, irgendwie nicht so ganz perfekt. Das hat mich dann an den umgekehrten Fall erinnert. Also, ganz oft gibt es ja auch eine konsequente Arbeitsteilung, die nicht sinnvoll ist. Zum Beispiel sowas, du redest, ich halte das Plakat. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, zum zweiten Kriterium, das wirklich sehr wichtig ist bei Gruppenarbeit und zwar die gemeinschaftliche Mitarbeit. Es geht wirklich darum, dass alle gemeinsam am Produkt arbeiten und zwar gemeinsam am Produkt arbeiten. Also nicht, ich mache eine Hälfte und du machst die andere. Das ist nicht gemeinschaftliche Mitarbeit. Was ist gemeinschaftliche Mitarbeit? Die Schülerinnen hören sich zu, die lassen sich ausreden und sie arbeiten konstruktiv mit Schwierigkeiten. Das ist natürlich empirisch etwas schwierig zu messen. Also, Zuhören haben wir jetzt mal so gemessen, dass wir alle Wortbeiträge genommen haben und unterteilt haben nach produktiv und bestätigend. Also, alle Nonsens- und Privatgespräche haben wir hier rausgefiltert. Und die Tatsache, dass ein Fünftel der Wortbeiträge bestätigend ist, war für uns ein Indiz dafür, dass sie sich zuhören. Also, wenn man sich zustimmt und sagt, ja, sehe ich auch so, super, toll, klasse, dann müssen die ja irgendwie aufeinander hören. So, dann als zweites, wie gehen die mit Schwierigkeiten um? Das ist auch eine sehr schöne Sache. Theresa merkt das. Sie nimmt das wahr, dass Julia irgendwie nicht mitkommt und sagt, Julia, du bist nicht so ganz einverstanden. Ich sehe, du bist nicht so auf der Höhe. Und dann sagt sie auch das selbst, ich habe es nicht so ganz verstanden. Super. Sie setzt an zum Erklären, ja, und so weiter, wird direkt unterbrochen von Greta. Die fängt dann an mit dem Mittelalter und vergleicht Jesus mit dem Adel und so. Und Hanna sagt dann auch, das ist dein Blickwinkel, jetzt musst du ja nicht hier alles unterbrechen. Julia erinnert immer wieder daran, wir sollen doch nur die Sicht Jesu, nicht hier Mittelalter. Wir sollen doch nur Jesu Sicht. Wir sollen doch nur. Beim letzten Mal kommt sie gar nicht mehr dazu, ihren Satz zu Ende zu sagen, weil alle ihr irgendwie helfen wollen. Das ist etwas schade. Aber Umgang mit Schwierigkeiten gut ausreden lassen, naja. Aber ich sage mal so, die hohe Anzahl von produktiven Beiträgen ist ja auch irgendwie ein Indiz dafür, dass sie sich in sehr vielen Fällen doch ausreden lassen. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Gruppenarbeit erfordert Zeit. Zeit ist natürlich schwer zu messen. Ich meine, hier vorne geht das, glaube ich, noch ganz gut, wenn es nur zehn Minuten sind. Auch da fragen wir die Gruppe wieder, wie habt ihr die Gruppenarbeit als Ganzes wahrgenommen? Und da lohnt es sich wirklich, da lohnt es sich, dass die Schülerinnen mehr Zeit haben. Hannah hatte sehr viel Zeit. Ich finde eigentlich, dass wir ganz gut zusammengearbeitet haben und dann reicht Zeit und dann sagt sie, von dem her fand ich es ziemlich gut. Also innerhalb von vier Sätzen wird es von ganz gut, ziemlich gut. Woran liegt das? Mindmap war auf jeden Fall ganz gut. Cool. Aber das fand ich ein sehr bemerkenswertes Satz. Wenn es jemand nicht verstanden hat oder wenn jemand gesagt hat, okay, sehe ich ein bisschen anders, dann konnten wir da in Ruhe drüber sprechen. Und das ist das, was ich mit Zeit meine. Dass die Schülerinnen die Zeit haben, mit den Schwierigkeiten umzugehen. Dass sie sich gegenseitig helfen können. Dass die in Ruhe ihre Konflikte austragen können. Dass die verhandeln können. Dass die miteinander diskutieren können. Und dann ermöglicht Gruppenarbeit etwas, was niemand von denen alleine schaffen würde. So in etwa. Also genau darum geht es bei Gruppenarbeit. Dass diese geballte Intelligenz und Kompetenz von vier Schülerinnen zusammentrifft und etwas erreicht, was alleine nicht möglich wäre. Und dabei ist es eben wichtig, dass die alle ordentlich miteinander sprechen. Dass die Verantwortung übernehmen für ihren Arbeitsprozess. Also dass Gruppenarbeit so zu verstehen ist, dass es nur geht, wenn alle verantwortungsbewusst mit dieser Arbeit umgehen. Und sich selbst als Teil dieser Arbeit sehen. Und auch selbst wissen, wie wichtig sie für das Gelingen dieser Arbeit sind. Und dieser wertschätzende Umgang, wenn wir uns das anschauen, dann ist das genau das, was auch hier in unserer Gesellschaft passiert. Also Gruppenarbeit ist Gesellschaft im Kleinen. Wir können Gruppenarbeit durch Demokratie ersetzen. Und dann können wir sagen, Demokratie funktioniert nur, wenn alle verantwortungsbewusst, konstruktiv und wertschätzend miteinander umgehen. Und wenn ihr das irgendwie jetzt noch nicht so ganz verstanden habt und nicht so ganz glauben könnt, dann schaut euch einfach mal diejenigen an, die ein bisschen älter sind und die in ihrer Kindheit und Jugend nicht so viel Gruppenarbeit hatten. Was die so für ein Demokratieverständnis haben. Also, ja, Dankeschön. Von gelungener und wertschätzender Kommunikation in Gruppenarbeit zur Politik. Johannes Feindler! Und jetzt sein Sie.